und jetzt fliege ich zum nächsten Orson Blaine Kongs, Go get that K. Rool, he just ain't cool cool, she's all yours, you catch you later, catch you later, so komisch, muss ich den nach oben, nein, das war falsch nach links muss ich alles klar gloomy gulch äh, ghostly growth Angst okay, oh ne, nicht ihr schon wieder ah jo, okay no, scheiße, den hab ich nicht gesehen nochmal bitte hauptsache die, die schreien auch noch so komisch, geister like ach scheiße hau ab ich will nicht, wie lange die Dinger da sind, ist ja schlimm das verspricht ja auch ein sehr interessantes Level zu werden hier fuck na geil, dann noch mit mehreren hintereinander hm ja vergiss es ist ist mir egal, ja, hau ab ne, leider nicht ich dachte schon, der springt jetzt nicht sie springt jetzt nicht so, na toll hier wäre bestimmt ein Geheimnis gewesen hier wäre bestimmt ein Geheimnis gewesen was egal speichertone schon okay ich möchte mich darüber nicht beklagen aber das ist komisch ja oh oh Gott, hab ich mich erschrocken gerade hatte damit jetzt auch nicht so gerechnet, muss ich sagen braucht man das irgendwo für wo kann man das denn eigentlich gegenwerfen schön brauche ich eh nicht da würde ich schon so spät dran müssen ach da ist ein Bonus-Ding naja gut oh Gott, war das knapp oder was? oh fuck NEIN ich hatte dich doch schon na egal boah oh boah, aber die Geräusche von denen sind ja echt mal so was von nervig, ne? unglaublich aus des ätzens ne, ne ne das hat's dir in tief was ey, ich glaub's nicht ne 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 Ich kenn's dich direkt so wie hee ne 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 Oh, das nervt. Braucht man alles nicht hier, das ist... Das ist zwar schön, aber ich sag mal... Nein, noch nicht. Jetzt. So, okay. Zack, zack. Oh, nein, nein, ihr Hohenböcke, Alter. Könnte ich mich nicht mal in Ruhe lassen? Nö. Ja. Geil, danke. Oh, jetzt würde ich so gerne irgendwie speichern können, das wäre so geil. Oh, das gibt's nicht Glück, wir hätten hier haben, oder? Ne, leider nicht, aber... Haunted Hall. Machen wir weiter direkt. Okay. Oh, nö. Nicht schon wieder... Was ist das denn? Folgt mir jetzt ein Geist, ja? Ist das... Ist das euer Ernst? Scheiße. Äh... Was jetzt? Achso, okay. Das haben alle Sterne, okay. Krieg ich mal nie im Leben alle. Nee. Doch, man kriegt genügend, okay. Süß. Da kommt der Nächste. Oh, Gott, ey. Was ist das für ein Level, ey? Grauenhaft. Na! Soll ich da was runtergerauscht, ey? Grausicht. Doch, das K habe ich. Okay, ich dachte, ich habe das nicht. Speichertonne, geil! Wie, jetzt gibt's hier eine. Ich erinnere mich... Shit. Da gab's mal... keine... Scheiße. Gibt's hier nicht mal nen... Was war das? Für ne Lache... Uaaah. Uaaah. Ja, ich konnte die rausschubsen. Och. Bitte lasst mich doch einfach irgendwo speichern. Das fände ich so sozial, wenn das mal irgendwie ginge jetzt. Aber ich befürchte fast, ich werde kein Glück haben. Leider. Ich habe schon wieder kein Leben mehr und das... Das ist äußerst... äußerst schlecht. Wie schaffen wir jetzt hier noch ein Leben zu sammeln? Ich... Nein! Super! Mein Level davor ist auch schon wieder im Arsch! Pisse, ey. Das macht euch keinen Spaß mehr so. Sorry, Leute, ich breche ab. Weil ich habe echt keinen Bock mehr. Und ja. Ciao.